So, weiter geht's mit dem letzten Charakter. Und dann ist der Arcade-Modus abgeschlossen. Wir spielen das nur noch mit Jin. Und dann sind wir fertig hier mit dem Modus. Sehr schön! Sehr, was der drauf hat. Greif... Griff-Technik? Nice. Okay. Wow. Der ist ein Schwäch. Der gefällt mir vom Kampfstil. Vom Kampfstil ist ja cool. Und schön, wir müssen. Ja, da war. Und schön, wir müssen. Ich bin froh, wenn ich Tekken fertig habe. Ja, das könnte ich nämlich für die neue Woche denn noch ein bisschen mehr versorgen. Weil heute kam ja der Part mit Lore. Hm, der kam heute. Zu dem aktuellen Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme. Ja. Ha! Wie ist es fast zu einfach. Es gibt ja noch einige Charaktere, die man hier freischalten kann. Aber wie das genau geht, weiß ich nicht mehr so richtig. Das werde ich vielleicht auch nicht machen. Weil nur die zeigen, die hier schon verfügbar sind. Aber ich glaube, ich weiß, wenn man einen freischaltet, wenn man den Tekken-Force-Modus abschließt. Ich bin gar nicht mehr... eigentlich bin ich mir da gar nicht mehr sicher. Was ich zu meinen Kindheits-Plässischen eines Zockerzeiten noch zählen kann, ist hier ähm... Hier, Tony Hawk. Werde ich aber nicht machen. Das ist so ein Spiel, was mich als Let's Play gar nicht so reizen würde. Null. Weil ich da einfach... Sagen wir mal, den Flow nicht interessieren. Und ich... Sagen wir mal... Den Reis daran... Davon... einen LP zu machen. Hasbold. Und... So... Hier nämlich... ...die Nina. Komm her. Ich bin jetzt schon hier fast eine halbe Stunde. Und das ist mein... ...direkter Charakter in Folge. So... Verdammt! Noch eins! So... So... Hier nämlich... ...deh.. ...deh.. ...deh... ...deh.. ...deh... Alter, Eddie mach ich so fertig grad! Oh man! Echt! Loil! Na, das war's. Ich sag ja, vom kämpferischen Stil und von den Schwägen und Tritten gefällt mir irgendwie schon am besten. Der ist einfach drauf, irgendwie. Ich weiß nicht. Wie kann ich mit dem besser kämpfen? Ja, ich sag's doch. Daumen finde ich schon vom Fight-Stil richtig gut. Da gibt's ja noch Katsune und Mishima im siebten Teil und im ersten und zweiten Teil. So wie ich weiß. Wie kann man eigentlich seinen Schlag aufladen? Das wüsste ich mal hier in dem Spiel, weil ich hab das ständig versucht zu machen, weil wie klingt das mir nicht? So, echt so easy. No, das ist bisher echt so easy-po-peasy. Ne, wirklich mal. Ich hab's nicht gedacht. LOL. Es ist einfach nur... Es macht Spaß. Merkt man das? Da bin ich gerade so gut gelaunt. Alter, es läuft. Hey, komm. Mach die selbe und geh mir nicht auf den Keks. Danke. Du wirst. Du wirst. Du wirst. Du wirst. Du wirst. Du wirst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020